Ah, fuck! Oh, scheiße, ey. Was ist denn los mit dir? Noch nie ein Zeddy vom Himmel fliegen sehen? Noch irgendwas zu melden? Moin, Jungs, da bin ich wieder. Ja, und heute habe ich einen richtig geilen Solo-Launch-Katapult-Funny-Moment-Money-RP-Mickey-Glitch. Auf jeden Fall, ihr müsst den Panzer so hinstellen, wie ich es mache. Und ganz wichtig ist, dass vorne so ein Spalt an der Mauer noch frei ist, damit er da so richtig schön hin, ja, laufen könnte. Auf jeden Fall, ich zeige euch auf der Karte, wo das gerade ist. Und zwar hier an der Polizeistation in der Elf und Stress auf dem Dach. Ich denke, das kennt jeder von euch. Dann müsst ihr einfach nur hier in den Spalt reinlaufen. So, und einfach nur nach vorne rennen. Das ist ja bekannt. Zack, hebt sie ab. Das war's eigentlich schon. Das ist super einfach, überhaupt nicht schwer. Das Schwerste ist einfach nur, den Panzer da richtig in die Position zu bringen. Und dann war's das auf jeden Fall schon. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Lasst mich wissen, ob ihr sowas öfter sehen wollt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, Jungs!